Hallo und herzlich willkommen! Hier sind wir mal wieder, glaube ich, bei der Folge 3 bei Titanfall. Ja, und jetzt spielt der Sargent Gameplay. Welches wollen wir? MULTIPEG! Machen wir MULTIPEG! Leiter Babo! Wir haben 22,16. Interessiert das viel? Nein. Nein! 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 Nein, nein! Ja! Ja! Dieser hat nicht gegeben, er hat dann auch noch ein paar weitere Videos und Buchladen. Vielleicht werde ich dann auch mal ein bisschen auf dem Tisch spielen. Wir machen hier eine kleine Aufnahme-Session. Ja. Das ist das beste Teil. Pilotensteuerung aktiviert. Das ist der Schöne. Das ist der Schöne. Das ist der Schöne. Achtung, der ist 2 zu 1 der Unterseite. So, einleitend. Klar, das hat es geschafft. Ich bin nicht drauf. Ich bin nicht drauf. Ich komme auf den Schöne, ich komme zuüyor. Das ist wohl gut. Ja, das war wohl. In dieser Runde waren Sie besser. Hahaha. Oh, das ist ein Geist. Was ist das? Mikroekang Das war's für heute. So, wir haben schon wieder verloren. Der sagt, wir haben diese Runde besser. Ich kann verlieren, wenn du nicht den Gang zulegst. Was ist das? Scheisse, was ist denn? Wohin bei dir! Ok, so, drei Teilen, wir haben noch zwei Teilen. Diese Gandhi macht komische Dinge. Die sieht nicht aus wie so eine Spinne. Verlauf. Mensch! Die schifte die Schifte. Die schlechte Aufbau zu machen. Die schifte die Schifte. Die Schifte über den Schifte. Einiger Zeit. Ich kann wieder zuschauen. Ich kann wieder zuschauen. Es ist vorbei, Jungs. Sie haben verloren. Komm zur Basis zurück. Ich habe ein Layout zusammen mit Neues. Ich brauche keinen Sinn. Wir müssen ein paar verkaufen. Wir bekommen zum Beispiel eine bessere Waffe oder so. So, sowas, 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 genau. Ich will zeigen, wie die Ziegen mit dem Verbeißen und Atlassen erst. Ich bin mit dem Verbeißen. Ich bin mit dem Verbeißen. Ich erinnere mich. Ich bin mit dem Fahrzeugladen. Wir werden in den Kanten, der Trottclub gerade noch eine Folge machen. Bitte nicht. Ja, zahle ich. Ich klebe hier zwischen den Rücken. Ich kenne den Rücken. Ich kenne die Flügel. Ich kenne die Flügel. Ich kenne die Flügel. Wichtig ist. Ich glaube, wir beschützen die Idee.